steckte Korte haben wir das sehr schön nur hier hinten da hat die Stilzweiter Sammler das geht noch so hinten kommt noch mehr oh mein Gott ich glaub wir tun wir mal einen Rückzug machen alle alle Rückzug sie hat die Nürburgriffe auch die Tumor Winde ist die Schätze wer kämpft hier noch ich bin so was die sich alle beziehen alles Kreml von ihr und jedes Mal dort hin sehr schönes Morrigan der Kreuz steht möglichst viele Eileisen das könnte schwierig werden Darmes und Heiltrack aber verdammt das wird schlichtig scheiße jetzt wieder krebs nicht ich soll nie im Leben an Warte mal, die hat nur so einen schönen Erdbebenzauber. Weil springt da ja was. Ich hoffe es einfach mal. Verdammt, verdammt, verdammt. An Erdbebenzauber ist schon gut. Auch wenn die jetzt tot ist. Danke. Ich sterben. Oh man. Morrigan steht auch wieder richtig beschissen. Oh man, man, man. So. Um was muss man so eine Spezialattacke her. So. Alle betäubt, sehr schön. So. Das reicht wieder nicht. Was wird denn das jetzt hier? Okay. Okay. Okay, jetzt war er noch übrig. Mal gucken. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt heilen, so. Na, das Erdbeben hat schon ganz schön was gebracht. Hey, die ist schon tot und beeist. So. Toll. Na, was soll's. Na, was soll's. Oh, das war doch mal ganz schön. Nicht ohne so aus. Schauen gegen Untote. Und umschlag. Ja, heilen alle hier. So. So. Und nun mal ich es sagen. Nee. Nee. Na. Da steht bloß zwei Gegner und dann auf einmal war. Da kommt noch mal 5. Schöne wieder wölscheln! Das ist nur nur wie es aussieht. Ein paar Fisch zumindest. Der ist ein Bogenschütze. Mieter mit dem Original. das ist Kiste jeder Stiefel das ist verschlossen jetzt ein Gauner noch und das war's schon ich frau mich wie die Falle hochgehen kann wenn ich hier so eine Leine das hier wird sicherlich jede Menge gepräzt kommen und nicht vor wirklich leicht ist und was man hier rein die gesorgt großen da erinnerst nicht geschafft wohl wäre das mit den Soldern tot machen hier drinnen da sieht die färblich aus und der wieder steht das ist ja nervig 8 das sei doch ein Warte mal, gut. Du reißt hier jetzt erstmal zu Boden. Das ist noch so ein Gauner. Und jetzt machst du mal Heul. Und dann stirbt dieses Arschloch. So, als nächstes stirbt der hier. Diese Stelle hier für immer zwei. Morrigan wieder leben. So. Und jetzt die beiden Witzfiguren hier vorne. Halt doch mal ab! Sprint in Berlin. Und Schuss! Kalt Eisenruhne des Novizen, naja. Und 9.30 Silber. Alter, ich habe ja Verletzungen, nein, taub und Bluthusten. Das Problem ist, keine Verletzerausrüstungen mehr. Gesundheitsruhne. Na, Novizenruhen sind meistens nicht so gut. Lederwüstung eines Staubfressers. Na ja. Jut. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Zauberspruch von der vielleicht. Ich würde mich interessieren, was das ist. Das muss ich schon mal ausprobieren. Das was bringt. So. Vatelg8s.